Servus, ich bin der Fabio von Memodo und das Modul hier neben mir, das ist eine Infrarotheizung. Die hier ist von Etherma und hat eine Leistung von knapp 350 Watt. Es gibt insgesamt fünf verschiedene Etherma-Module bei uns bei Memodo im Onlineshop und zwar in einer Leistungskategorie von eben 350 Watt bis 1500 Watt. Diese eignen sich somit für fast jede Raumgröße im sanierten Bereich oder auch im Neubau. Diese Module sind leicht zu installieren, sowohl an der Wand als auch an der Decke. Beachte allerdings, wenn du diese Module an der Wand installierst, dass gegenüber keine Fensterfläche ist, sonst geht die Energie daran verloren. Des Weiteren strahlt eine Infrarotheizung sehr angenehme Wärme ab, also vergleichbar wie die Sonnenwärme und im Gegensatz zu einer normalen Konfektionsheizung ist es so, dass sie auch noch allergikerfreundlich ist. Warum allerdings eine Sanierung oder ein Neubau? Nun, hier handelt es sich um einen klassischen Ohmschulverbraucher. Das heißt, er wandelt die elektrische Energie im Verhältnis 1 zu 1 direkt in Wärmeenergie um. Somit ist es eine reine Stromheizung und man muss schauen, dass man so wenig wie möglich eben verbraucht. Deshalb eignet sich auch hier die Kombination mit einer PV-Anlage besonders gut. Beispielhaft kannst du hier den MyPV-Aktor auch vorschalten, sodass nur die PV-Überschussenergie genutzt wird. Zudem haben wir hier ein Modul, das tatsächlich zu 100 Prozent aus Österreich stammt und höchste Qualitätsansprüche hat. Man hat hier auf der Rückseite eine sehr gut isolierte Seite, die maximal eine Temperatur von 40 Grad Celsius beträgt. Zudem gibt der Therma auch auf alle Produkte 5 Jahre Garantie, was für eine wirklich lange Lebenszeit spricht. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß bei der Installation. Bis zum nächsten Mal.